wenn wir die opel ins bingo card da wird zwischendurch das item der kehrt das ist dieses lila bingo ding ziehen wie geht's dir john tendo ist alles gut bei dir ich sehe schon es gibt so stein wenn du dafür kannst du die bomben genutzt sind die wende bei mir kurz im moment war es letzte nacht habe ich keinen einzelnen brösel gefunden hatte solche angst die größe ich bin auch verwirrt ich bin auch einfach schon zwei stück die größe von meiner pizza gestern das ist eine größe von der pizza wenn der pick mit dem wasser sind musste die zugreifen okay für den brauche ich das richtig ok mit der pfeife kannst du sie da lassen und also dann kannst du da so rein und dann darfst du dich natürlich nicht einsammeln und damit sie doch ein ja aber wie soll es denn an die vorbeilaufen ja genau ich würde einfach wollen das hinstellen oder wegwerfen genau sind ja nicht die pflücken also meine leute ja gut ist ja gut deine sind rot ich habe keine ahnung wie ich meine pfeife bekommen die sind bei mir lol sind ein wasser aber das sind diese rohlau und ach so ok ja also es gibt jetzt mal zwei wasser pfützen und weißt du was wenn ich mir folgen würde macht das gruppe ich bin jetzt mit dem ganzen als sehr gute nacht und hände oder ich kann mir sowas machen das ist voll lustig wenn ich von den roten pigment angegriffen werde wenn ich einfach das wasser ja wenn nämlich wenn ich die darum stehen und ich lauf dadurch dann ist natürlich ungünstig ja ich wohne nur noch den großen wir haben eine pigments aufgeführt nichts gemacht also ich habe denen auch gesagt die sollen den haben dann wieder und ich war da unten und ab angegriffen ach so ist denn der dicke wahrscheinlich bei online ist bei dir da hinten bestimmt deswegen muss ich jetzt die brücke deswegen brauche ich hier die brücke ist eine andere brücke weil ich glaube es gibt hier so zwei oder drei stück reicht es nicht noch nicht mal wo jetzt die dinger sind wo die die jetzt liegen gelassen auch kommen wenn du jetzt nicht also dumm wofür gut wie die hier immer hängen bleiben auch können die bitte folgen und irgendwie nervt das manchmal wenn die so einzeln hängen bleiben ich habe das richtige alt und nein ist ja die wand nicht kaputt gemacht was hast du gemacht wo bin ich ich war gerade voll auf dem weg zu siegeln dann ist es denn immer noch nicht ganz was ist ich muss auch manchmal ich habe auch keine ahnung um die brücke nicht ganz wirklich jetzt gerade auch aus einfach außen rum ja ich muss sagen das ist gerade zu meinem vorteil ich habe das erweitern gab wie du das ist glaube ich sogar fertig die gehen hier alle rüber das muss ich sagen habe ich null kapiert mit der brücke also ich konnte nicht über die brücke drüber ja 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 ja